Einer der wenigen Instrumentalnummern? Mich würde interessieren, was der Andreas dazu bewogen hat, diese Nummer so zu nennen. Viel Solo heißt das Stück, weil ich leider keinen besseren Titel... Das war eigentlich der Arbeitstitel und ist dann zum Titel geworden. Sehr chillige Nummer jedenfalls und ich war sehr nervös beim Einspielen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020